Es geht mir um drei beschissene Dinge, die mir auf den Magen schlagen wie der Duft einer Pissrinne. Das hier ist gärnder Unkroll gegenüber schlechter Musik, dem Leben an sich und Wohlstandskrüppeln inhaltlich. Ich war schon immer der Meinung, man kann sich über Musikgeschmack streiten, wenn man Geschmack hat. Das Problem ist nur, hi, ich bin der Gino und höre alles querbeet so, hi, ich bin die Sandra und höre am liebsten Radio, hi, ich bin Student und ich habe einen sehr, sehr, sehr ausdifferenzierten Musikgeschmack. Ich höre so, Hip-Hop, Trip-Hop, Rit-Pop, Tip-Top, Pop-Rock, Deutsch-Rock, Folk-Rock, Cord-Rock, Jazz, Dance, Trans-Fans, Elektro, Techno, Indie, Behindie, Funk, Punk, Ska und Schlager. Tukio Hotel, Lopez und Shakira, klinge akustisch nach, nimm Arsch, rasiere. Atemlos sagt, was denn bloß, denn die gute alte Fischer stellten die USA als Massenvernichtungswaffe sicher. Crow labert so viel Kack, der ist der mieseste Abturn, der ist so egal, dass nicht einmal die NSA ihn noch abhören. Die Musik ist im Grunde ihre Selbst-von-Herz-Format. Das ist doch oft der Grund, warum ein Vers Form hat, ist man sorghaft, kann man sein Kummer darin ertränken. Weiß man nicht weiter, hilft sie manchmal beim Denken. Aber heute höre ich bei ihr sehr oft weg und meistens gar nicht mehr zu. Weil aus Popmist und Titten in Videos wird noch lange kein tragender Schuh. Drei beschissene Dinge, die mir auf den Magen schlagen, wie der Duft einer Pissrinne. Das hier ist gerender Unkroll gegenüber schlechter Musik, dem Leben an sich und Wohlstandskrüppeln inhaltlich. Fun Fact. Ruhe ist ein Anagramm von Hure. Du hast das Gefühl, dein Leben ist im Urlaub. Und nicht nur das, es geht dir sogar fremd. Bleib bei mir, geh doch weg, du alte Fotze. Es warst du, gerade denkst du, fühlst dich alleingelassen und verarscht und bedrogen vom Leben. Und dann immer diese Behindertensprüche. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Wenn ich meinen Traum leben würde, ja, von letzter Nacht, dann wäre deine letzte Nacht, deine letzte Nacht gewesen. Aber heute, heute, heute willst du es anders machen. Nochmal so, so wie mit Anfang 20, denkst du dir, scheiß auf alles, fuck the police. Niemand fickt mit den verdammten Zweckern, verfickt nochmal, denkst du dir, du ziehst dir was an, du ziehst dir was rein. Dann ziehst du ab, ab in den nächstgelegenen Club. Und wer steht da an der Bar? Deine Mutter. An der Bar steht dein Leben. Du siehst dein Leben an der Bar stehen und Wodka saufen. Du gehst hin und fährst dem Leben durch die Haare. Dann streichst du dem Leben eine Strähne aus dem Gesicht. Dann schaut ihr euch lange an und dann knutscht ihr wie zwei wildgewordene Wildschweine. Ihr feiert die Nacht durch und geht dann zusammen nach Hause. Dort wirst du dann noch vom Leben gefickt und dann wacht ihr nicht nebeneinander auf. Das Leben ist wahrscheinlich mal wieder Zigaretten holen oder so. Enttäuschung von Enttäuschen bedeutet im Grunde auch nur Demaskierung. Drei beschissene Dinge, die mir auf den Magen schlagen wie der Duft einer Pissrinne. Das hier ist gern der Unkroll gegenüber schlechter Musik, dem Leben an sich und Wohlstandskrüppeln inhaltlich. Sternzeichen bist du Spacko mit Aszendent 50 Cent. Du hast Ähnlichkeit mit Türen, die nicht aufgehen, denn du bist verklemmt. Eine Banane, die nur eine schwarze Stelle hat, die wirfst du weg, weil Rohkost für dich nur Trash bedeutet. Du hast ein Riesen-Ego, du sagst, dein Kühlschrank zeigt sogar Bofrost, was fresh bedeutet. Du bist ein richtiger Luxus-Krüppel, denn ich weiß, was er hat. Die Konsistenz deines Gemüts, gleich Gleister und Lack läuft mal. Kein Fußball wirst du heiser und Schwachgeld, denn iPad mal nicht bekommst du Depressionen. Guten Tag, du bist ein Wohlstandsopfer. Uh, ich hab gestern bei Amazon bestellt und trotzdem ist es heute immer noch nicht da. Uh, ich war bei H&M, bei New Yorker, bei C&H und bei Primark und trotzdem musste ich überall bezahlen. Uh, dieses Wah-Piano ist ja wirklich das Allerallerletzte, da wird man noch nicht einmal mehr bedienen. Dein Horizont verkommt gekonnt, wird er doch alltäglich eklig zugebombt. Was du weitergibst, solange du deine Leier schiebst, sind stumpfe Parolen gegen Polen, denn du findest schon, jeder muss arbeiten, aber nicht unbedingt zum Mindestlohn. Aus so großem Wohlstand entsteht seelischer Notstand. Der Verfall der Musik ist nur ein Indiz für das hässliche, oberflächliche, was in unserer Gesellschaft geschieht. Denn die Frage und Bedeutung von Werten, wie man sie uns gab, wie wir sie einst lernten, ist ein Indikator für das Befinden auf Erden und beziffert, was wir morgen schon erben. Men Befores Denk servieren, wie man sie in der Halt schanno mit Wir haben, das wurde mir nöge, wunderschöneuin med Och. Denk Membrämsurig Sperren